Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Heute natürlich wieder mit einem neuen Krypto-Video und zwar, einige hatten sich mal wieder was zu WeChain gewünscht, deswegen wird es heute natürlich auch mal wieder was zu WeChain geben. Meiner Meinung nach auch, einer meiner Top-Projekte. Habe ich jetzt auf dem Kanal in letzter Zeit relativ wenig drüber gesprochen, aber diesmal lohnt es sich wieder, deswegen unbedingt dranbleiben. Und für alle, die neu am Start sind, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, gerne natürlich auch einen Daumen nach oben und hilft euch sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Artikel über WeChain. WeChain startet VIP193 im öffentlichen Testnetz. Implementierung von WeChain POA 2.0 rückt näher. Am 21. Juli hat die WeChain Foundation offiziell bekannt gegeben, dass sie einen weiteren Meilenstein erreicht hat. WeChain hat VIP193 erfolgreich implementiert und gleichzeitig sein brandneues öffentliches Testnetz gestartet. Dies macht den Weg frei für die vollständige Implementierung von WeChain Tor POA 2.0 im Mainnet. Es wird auch der WeChain Blockchain helfen, bessere Sicherheit, Skalierbarkeit und absolute Finalität zu bieten. In den letzten Jahren hat WeChain Pionierarbeit bei der Bereitstellung von Blockchain-basierten Unternehmenslösungen für seine Kunden geleistet. Mit der Implementierung von POA 2.0 will WeChain die globale und massenhafte Einführung seines öffentlichen Blockchain-Netzwerks vorantreiben. Das POA 2.0 mit dem Namen Surface verfolgt einen sicheren, an die jeweilige Anwendung angepassten Ansatz der Chain Extension ohne künftige Forks. In der Ankündigung sagen sie folgendes, dieser neuartige Konsensmechanismus wurde entwickelt, um Schwächen zu beseitigen und die Vorteile der beiden wichtigsten Konsenstypen zu nutzen. Den Nakamoto Konsens und die Byzantine Fault Tolerance, kurz BFT. Mit diesem neuen Mechanismus ist die WeChain Tor Blockchain in der Lage, ihren ohnehin hohen Durchsatz zu maximieren und gleichzeitig die Finalität der Daten zu gewährleisten. In der Praxis bedeutet dies, dass großvolumige Anwendungen auf der Chain existieren können mit dem höchsten Maß an Datensicherheit, wie es in keiner anderen Blockchain-Plattform zu finden ist. Der WeChain Tor POA 2.0 Konsensalgorithmus hat drei Hauptkomponenten. Die erste, das VRF-basierte Zufallsprinzip, zum zweiten ein komiteebasierter Blockzeugungsprozess und als drittes ein passiver Blockfinalität-Verifizierungsprozess. Die Implementierung des Konsensalgorithmus wird mit zwei VIPs erfolgen, VIP193 und VIP200. Die Implementierung von VIP193 wird sich auf die ersten beiden Komponenten konzentrieren, VIP200 hingegen beschreibt die letzte Komponente. Funktionsweise von WeChain POA 2.0 Hauptzweck der Implementierung von WeChain Tor POA 2.0 ist, die Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Unternehmenskunden zu verbessern, die ihre Anwendungen auf der Blockchain entwickeln. So macht WeChain Tor POA 2.0 den Weg frei für die groß angelegte Einführung der WeChain Blockchain. Betrachten wir die drei Komponenten aber nochmal im Detail. Der VRF-basierte Zufallsgenerator hält Neutralität und Unvorhersehbarkeit der vorgesehenen Block Proposals im Balance. Das gewährleistet das höchste Maß an Sicherheit für die WeChain-Benutzer. Es verhindert auch, dass die Gegner den Leader-Auswahlprozess manipulieren können. Die Gegner können nicht mehrere aufeinanderfolgende Block Proposer korrumpieren. Die komiteebestätigte Blockzeugung hilft, die Wahrscheinlichkeit eines Forks deutlich zu verringern. Des Weiteren hilft sie bei der Verkürzung der Bestätigungsverzögerung und erhöht den Durchsatz. Der Mechanismus der Block-Finalität hilft, die Leistung unter asynchronen Bedingungen und mit kompromissloser Konsistenz zu liefern, sowie die Implementierung von POA 2.0 probabilistisch mit geringer Latenzzeit erfolgen. Später soll sie über einen längeren Zeitraum finalisiert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der finalisierte Block theoretisch in keinem Zustand verändert werden kann. Um die Funktion des neu eingeführten öffentlichen Testnetzes zu testen, können Benutzer die native Forced-App verwenden, die vom WeChain-Kernentwickler-Team gebaut wurde. WeChain war in letzter Zeit an etlichen wichtigen Initiativen beteiligt. Sie hat sich mit der Republik San Marino zusammengetan, um NFT-Impfstoffzertifikate für Covid-19 auszustellen. WeChain ist auch eine Partnerschaft mit Shopping.io eingegangen, um die Zahlungen mit Wetttoken auf Amazon, Ebay und anderen E-Commerce-Plattformen zu erleichtern. Wir können ja noch mal kurz auf die Partnerschaft eingehen. Da wurde auch noch mal ausführlich was dazu gesagt. Die WeChain-Foundation und die E-Commerce-Plattform Shopping.io sind eine Partnerschaft eingegangen, um es Wettinhabern zu ermöglichen, ihre Token zum Kauf von Artikeln auf der Plattform zu verwenden. Laut einer Ankündigung von Shopping.io hat die neue Partnerschaft die Zahlungen mit VET auf der E-Commerce-Plattform ab dem 9. Juli in Gang gesetzt. WeChain und Shopping.io verkünden Partnerschaft. Wettinhaber können über Shopping.io Alltagsgegenstände, Elektronik und Neuheiten auf beliebten E-Commerce-Webseiten wie Amazon, Ebay, Walmart etc. kaufen. Darüber hinaus erhalten Inhaber von Wett, die das Token verwenden, um Einkäufe über zwei Wochen ab dem 9. Juli zu tätigen, einen 2% Rabatt auf alle Artikel. Laut Shopping.io ist die Partnerschaft mit WeChain eine der Schritte des Unternehmens, Top-Kryptowährungen zu nutzen. Darüber hinaus beabsichtigt die E-Commerce-Plattform mit mehr Projekten zusammenzuarbeiten, die ihre Vision einer Mainstream-Krypto-Zukunft unterstützen. Der CEO und Gründer von Shopping.io, Abel Arif, äußerte sich zur Kooperation mit WeChain und hat hier nochmal folgendes gesagt. WeChain ist eine absolut große Leistung für Shopping.io, wegen ihrer leidenschaftlichen Gemeinschaft und Langlebigkeit im Raum. Wir sind gespannt, was die Zukunft durch diese Partnerschaft noch bringen wird. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall und ich habe schon ein paar Mal gesagt, in Zukunft wird das irgendwann so sein, dass wir im ganz normalen Alltag, im Edeka, im sonst wo, einfach mit Kryptos bezahlen können, bezahlen werden. Und das natürlich dann auch mit den dementsprechenden Coins, die halt auch dafür gedacht sind. Weil mit Bitcoin, hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, würde ich jetzt zum Beispiel nicht einfach irgendwas bezahlen, weil das für mich einfach Anlage ist auf mehrere Jahre. Und wenn ich jetzt beispielsweise irgendwas für, keine Ahnung, 100 Euro kaufe, so dann wäre ich mir da ehrlich gesagt, ja, ich sehe halt den Kurs viel höher. Deswegen, sagen wir es mal so. Aber, sehr, sehr spannend. Ich sage euch, also in meinen Augen, Krypto is the future, ihr wisst Bescheid. Und da wird noch einiges auf jeden Fall kommen. Ja, so viel für heute auf jeden Fall. Hinten raus natürlich nochmal Werbung in eigener Sache. Ihr kennt vielleicht schon den Krypto-Discord. Joint gerne, kommt vorbei. Wir haben dort einen guten Austausch. Kommt täglich auch News etc. rein. Würde mich freuen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns die Tage. Macht's gut. Viel Spaß beim Investieren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.